Ein heftiges Unwetter mit Starkregen und bis zu Golfball großen Hagelkörnern hat am Samstagabend Bretten in der Nähe von Karlsruhe heimgesucht. Die Folge waren großflächige Überschwemmungen. Soll ich ja noch an der Volkskarte mitmachen? Wir kämpfen uns ja gerade durch den Fluss, was in der Straße war. Alter, das ist ohne Scheiß. Das ist so hoch wie ein Türeingang, da steht hier das Wasser. Also der Hage geht jetzt. Aber ich will immer beim Teuerer in der Nähe. Wir fahren jetzt hoch zu der Volkskarte und dann können wir wohl zumindest ins Auto rausgehen. Das war links. Oh Scheiße. Also die Hage sind aber nicht. Aber das sind immer noch nicht. Dann kommt der Korte schnell runter. 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 Aber das ist alles verkürzt. Ach du Kacke. Ich weiß nicht, ob er da durchfahren kann, oder? Ey. Das ist ja ein Meer. Also er ist da durchgefahren mit seinem BMW. Oh, ja. Komm, die. Wenn er es macht, dann hat er das ja dreht. Alter. Aber innerhalb von Minuten, gell?